Alle hassen der Aargau, äusser die künstliche Intelligenz. Der TikToker SwissFactData hat mithilfe KI aus der Schweizer Kantene Pixar-Plakate gemacht. Und das ist dabei rausgekommen. Also, was hat er der KI genau gesagt? Zeig mir, der Aargau in einem schönen Pitzchen findet Nemo. Aber was weiss ich schon. Darum schalten wir jetzt kurz ein um den Aargau-Korrespondent, Joso. Das soll der Aargau sein? Wenn ihr mich verarscht, weiss ich, das Wasser ist nicht blau, weiss ich, das Wasser ist grün wegen dem ganzen Atommüll. Und dort drin schwimmen keine Fische, sondern alte Dreier-BMW, SVP-Plakat, ein Gummibötchen von einem toten Zürcher, der durch uns unterschätzt hat. Und das heisst nicht, sie finden Nemo, sondern finden Nenna. Und nicht seinen Vater sucht ihn, sondern die Kantonspolizei. Wo ist überhaupt der Fressbalken der A1? Das ist Kulturgut in diesem Kanton. Danke, Joso, für die Einschätzung. So würde das Plakat also wirklich aussehen. Wir haben der KI dann einmal gesagt, sie sollen ein Bild von Zürich machen. Die KI hat gesagt, f*** dich, mach doch selber. Da gibt es unter Ver.